voll weg gelasert das ist so witzig weil wir dich nicht gesehen haben ist das voll overpower ich habe einen ich habe einen immer zu dir er steht vor mit einer scheiß pumpkin also für euch jetzt hast du da aus der krone ein verdammtes vorläuft irgendwo einer hier bei dir hier sind die erlaubnis teil ich folge ich bin so muss mit reingehen am ende der zone in dem haus jetzt gleich mal ist ein haus weg weil er hat auch so eine scheiße natürlich natürlich direkt wieder mit dem rest abkauen der typ ist nicht mehr das kommt davon wenn man die scheiße zunahm gegner macht ist nicht gut ja schlaf gut grüß deine lehrerin von mir was hallo leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht tot 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 kaputt gemacht. Ich habe jetzt einfach drei hintereinander gelegt. Ich habe ihn hier irgendwie mitnehmen können. Er hat einfach komplett versagt, der Junge. Bitte helfen Sie mich. Mit Ende. Ha. Gah. So. Oh. Möchte jemand noch weggerollt werden? Was ist sehr gut? 8 HP. Nein, komm, wir sind hinter den Tänzverstand verstanden. Wir haben Feuer gestorben. Wir sind mit dem Feuerwehr. Weil du mit dem Feuerwehr. Ich habe gesagt, wir haben die eigentlich für den Boss. Ja, das hat der Typ nicht. Ja, der Feuerbogen ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich sehe mir jetzt schon wieder den Boss klatschen. Also, hau ich nicht. Sachen in Brand zu setzen. Oh, nee, muss jetzt nicht mehr klatschen. Auch, aber nicht so schnell. Ja, klar. Pass. Ja, ich könnte erstmal in Zone. Wir sind eh Quallen. Wir machen 20 nämlich. Die haben wir noch zwei Stück. Die auch mal mitnehmen? Nee, wir lassen die hier liegen. Bei dem Boss später. Bei mir sind ganz viele. Wäre cool, wenn man einfach nicht nachladen würde. Beide Captains sind, der hat gezogen. Beide Captains sind, der hat gezogen. Dann könnte man einfach die ganzen Zeit schießen. Es sind nur noch drei Leute da, dann haben wir schon gewonnen. Oh, brauchst du halt beide Captains sind, Digga. Vielleicht wird es der Sieg. Hm, da gibst du wieder ins Video. Ich war schon bei, keine Ahnung wie vielen dabei. Hm. Das kann man gar nicht zählen. Ich war mal, wo wir nur zu dritt waren dabei. Und Chelsea Zone, wo wir es da gespielt haben. Das war... Letztes Duo. Ich hab zwölf Kühlstour aus einem Kühl. Wenn man auf den Nachrichten liest, aber wo trotzdem man drauf schlussst. Und bei einem Letzglück kommt. Ha. Sehr wichtig. Klingt hier einfach ein Wohin. Hm. 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 Hallo. Ah, eigentlich mal bemerkt. Ja, da sind die gerade mit einem Endfall. Oh. Gegen den Letzten. Dann haut ihn rein. Oh. Digga, ich bin so scheiße in Englisch. Nein. Ich wurde es gerade abgefragt. Nein. Oh. Oh. Ich spiel noch eine... eine Videorunde, oder? Hm. Eposch. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Runde spiele. Hm. A? Ja, ich bin tot. Doch, ich bin tot. Doch, ich bin noch eine. ına, nein, 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 nein. Nee. Doch, volumen? Dadurch, wirst du mich überlegen? Sonst spiel ich nicht. Das schwöre ich. Ha. Hab keine Platten. Ich�ste he. Hab keine Platten. Ja, weder hat meine Platten weggenommen. Menschen. Scheiße. ñas. Ha. dafür war die welle schnell vorbei alle die packen eine pante das hat hier normalisieren so kann ich dir geben stumm gewöhnt haben groß und klein weiß ja nicht ob es das nicht gebracht hat nein das ist das ist jetzt mal von einem wasser ja das brauche ich nicht jetzt kannst du wieder reinstecken ich hab keine flammkugel mehr heißer und so ist das haben wir nicht wollen doch es war nicht mehr mit absicht der späne gespawnt mit seinem schießpulverfaust ein weiterer Tod wir machen die Schwerter unterschiedlich wird der mädchen mein Schwerter voll sein so gut und ich meine und der schon dreimal mehr schade zu normal zufrieden ich bin schon wieder tot völlig jetzt schieße ich in den kopf blödmann hey ich bin schon wieder tot gott kannst du mich holen bitte hey internet ist gerade weg warte mal ich sehe ich gerade ein bisschen wieso ich muss verlassen was dieser Penne jetzt ja hier oben ich hätte eine Schrotwinter war wieder nicht nachgeladen ja und wie episch 1 episch 1 episch wieso bist du weg weil mein internet gerade weg war hörst du mir zu ich bin schon wieder ja